Frau Dagmar Demming ist Professorin für Bildende Kunst und künstlerische Praxis an der Universität Erfurt und ich freue mich sehr, Sie heute hier im Interview begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Dagmar Demming. Guten Tag. Frau Demming, was ist Kunst für Sie? Das ist ja gleich die schwerste Frage am Anfang, weil Kunst eben etwas ist, was nicht so einfach zu definieren ist. Für mich ist Kunst Welterklärung und auch eine Art Wirklichkeiten zu schaffen. Für mich ist Kunst die Fähigkeit Utopien zu entwickeln. Für mich ist Kunst ein Training der Freiheit in gewisser Weise, obwohl Kunst natürlich viele Regeln hat. Für mich ist Kunst ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Tätigkeit. Darf Kunst alles? Ich denke schon, dass Kunst alles darf, wenn es denn Kunst ist. Aber es gibt ja gute Kunst und schlechte Kunst. Aber Kunst darf alles. Wenn ich mal fragen darf, was wäre denn schlechte Kunst? Oder anders gefragt, was wäre gute Kunst? Gute Kunst ist, glaube ich, so, dass, wenn man ihr begegnet, man überrascht ist. Dass man sich mit, dass man seine gewöhnlichen und üblichen Arten der ästhetischen Wahrnehmung nicht hundert Prozent gebrauchen kann. Dass man neue Formen der Betrachtung probieren muss. Dass man einfach herausgefordert wird, ein Stück weit mehr Freiheit oder Luft oder Energie im Gehirn zu aktivieren. Also gute Kunst ist eine geistige und sensibilisierende Herausforderung, würde ich sagen. Das heißt nicht, dass gute Kunst schockieren muss. Kann sie, aber muss sie nicht. Sie unterrichten ja hier in Erfurt bildende Kunst und künstlerische Praxis. Wie muss man sich denn ihren Alltag vorstellen? Wir haben ja hier in Erfurt dieses aus dem Lehramt hervorgegangene Bachelor-Angebot, was nach meiner Ansicht sehr gewonnen hat durch die Bachelor- und Masterisierung. Und die Studierenden bekommen einen generellen Überblick über fünf verschiedene künstlerische Techniken und lernen, sich auszudrücken in künstlerischen Mitteln. Und meine Tätigkeit ist einmal, die gesamten Angebote der künstlerischen Praxis zu koordinieren. Also immer zu sagen, wen können wir einladen. Weil wir versuchen auch immer wieder, wir haben zwar ein festes Team hier, die permanent Angebote machen, die auch so in den ersten zwei Semestern als Basic sehr wichtig sind. Aber wir haben natürlich auch Angebote, die immer wandeln, die sich verändern. Und wir versuchen auch immer, hier noch andere Künstler an die Universität einzuladen, damit die Studierenden mit möglichst vielen Menschen und vielen Meinungen über Kunst und Kunstproduktion in Kontakt kommen. Und da ist meine Aufgabe eben einmal die Lehre. Heute zum Beispiel habe ich einen Basic-Kurs Malerei gehabt, aber auch eben den Kurs für die Bachelor-Absolventen, so einen Tutorienkurs oder Angebote von Projekten, die in der Qualifizierungsphase stattfinden. Zum Beispiel in diesem Jahr biete ich einen Kurs an, der heißt Annäherung an den Körper. Also verschiedene Arten untersuchen wir da, wie man mit dem Körper in der Kunst, was ja nicht ungewöhnlich ist, umgehen kann. Und da versucht neue Lösungen und jeder für sich eine Lösung zu finden. Das ist dann gar nicht mehr technisch gebunden. Also ob die Studenten dann ein Video machen oder eine Skulptur oder eine Malerei, ist eigentlich den Studierenden selbst überlassen. Aber wir machen so konzeptionelle Angebote, dass die Studenten herausgefordert werden, ihre Kreativität kennenzulernen. Und wie gehen Sie dabei persönlich solche Kurse an? Bevorzugen Sie es eher zu sagen, ich gehe jetzt in diesen Kurs rein und bringe den Studenten erstmal alles bei, was ich für nötig halte? Oder gehen Sie es eher so an, dass die Studenten mehr oder weniger ans kalte Wasser werfen und dann mehr oder weniger nur eine korrigierende Rolle einnehmen? Das ist natürlich unterschiedlich in den Einführungskursen. Das ist schon sehr strukturiert. Da möchte ich und aber auch all die anderen Kollegen wirklich Basiswissen vermitteln. Wie geht man mit Farben um? Was gibt es für Möglichkeiten, Farben zu benutzen und so weiter? Wie kann man perspektivisch arbeiten? Was ist kalt und warme Farben? Wie unterschiedlich sind die auf dem Blatt und so weiter? Und so weiter machen wir auch Experimente mit abstrakten Ideen oder wir versuchen in dem Malereikurs zum Beispiel Farbe auch als kulturelles Konzept zu sehen. Also nicht nur als quasi dienende Funktion, um irgendwas darzustellen auf dem Bild, aber man kann ja auch konzeptionell an Farbe rangehen können. Warum zum Beispiel sind unsere politischen Parteien alle farbig benannt? Was bedeutet das? Welche Bedeutung hat ein Farben in der Gesellschaft? Oder was ist meine ganz persönliche Haltung zu Farben? Da gibt es ja interessante Untersuchungen. Die Lieblingsfarbe der Deutschen zum Beispiel ist blau. Und ja, solche verschiedenen, da mache ich Angebote verschiedener Arten, sich der Malerei oder der Farbe zu nähern. Im Projekt, wenn die Studenten dann diese Einführung in die fünf Techniken, Malerei, Druck, Plastik, Video und Zeichnen, wenn die hinter sich gebracht haben, also quasi in der Qualifizierungsphase sind, dann sollen die Studenten schon selber, dann biete ich eigentlich nur so konzeptionelle Rahmenbedingungen. Also zum Beispiel bei diesem Kurs Annäherung an den Körper haben wir, habe ich erstmal eine ganze Anzahl von Künstlern gezeigt, die in außerordentlich unterschiedlicher Weise, also vom Performativen über das Zeichnerische, über das Malerische und so weiter mit Skulptur und so weiter mit Körper umgehen. Und dann haben wir kurze Zeit nach einem Modell gearbeitet und dann haben wir mit einem Philosophen gearbeitet, der, einem französischen Philosophen, der hat Indizien des Körpers, heißt das glaube ich, könnte ich nochmal genau nachgucken, wie das heißt. Also der hat so kurze Texte über den Körper verfasst und die haben wir uns gegenseitig quasi vorgelesen und die Studierenden mussten in ganz kurzer Zeit so intuitiv zu diesen Bemerkungen über den Körper Skizzen machen. Also ich mache da so ganz viele Angebote, dass die Studenten über unterschiedliche Herangehensweise sich dem Thema nähern können. Und dann allerdings ist nach vier Wochen oder so, ist dann der Moment, wo die Studierenden selbst ein Konzept vorschlagen müssen, was sie mit diesen ganzen Angeboten, was sie aus diesen Angeboten machen, was sie selber für eine große künstlerische Arbeit, die eigentlich der Inhalt des Projektes sein soll, was sie da machen wollen. Und das ist sehr unterschiedlich. Das kann in die Skulptur gehen, das ist Selbstbeobachtung. Wir hatten heute gerade den Tag, wo die Konzepte vorgestellt wurden. Und das ist immer sehr vielseitig und da bin ich immer sehr froh, dass man das Individuelle einfach auch zulassen kann. Dass wir hier nicht nach irgendwelchen Malen, nach Zahlen, nach irgendwelchen strikten Vorgaben arbeiten müssen, sondern jeder so ein Stück weit seine Haltung zu den Dingen erkunden kann. Das ist doch bestimmt immer wieder ein schwieriger Spagat, weil einerseits müssen sie ja auch die Werke der Studenten benoten, praktisch. Aber andererseits wollen sie wahrscheinlich auch einen Dialog mit den Studenten haben und auch vielleicht mal andere Sichtweisen gewinnen auf ein spezielles Thema, oder? Ja, ich sehe das nicht als eine Sache, die nicht zu vereinen ist. Also wir reden ja die ganze Zeit, wir haben vier Stunden Kurse, das heißt, es sind lange Kurse, in denen auch Praxis gemacht wird, aber in denen auch viel gesprochen wird und wo wir ganz klare oder ich ganz klare Feedbacks auch gebe. Also zum Beispiel heute hat ein Student etwas vorgeschlagen, was sehr nah an Yves Klein's Anthropomorphin, also dieser Künstler aus den 50er Jahren, der so Frauen in blauer Farbe über die Leinwand gezogen hat. Ja, das ist gemacht worden und es eröffnet keine neue Erkenntnis, wenn man das nochmal macht. Und sowas sage ich dann schon ganz klar, dass das einfach, wenn man mit Körperabdrückte arbeiten will, kann man das machen, aber man muss eine Form finden, die mit einem selbst zu tun hat. Irgendwann Künstler nachzumachen ist einfach nicht gut. Und in diesem Dialog und in diesem, auch in diesem, die Studenten müssen ja immer wieder arbeiten, mitbringen und arbeiten im Kurs, kann man schon sehr genau sehen, wer das einfach durchhält, auch durch kritische Phasen ein rundes, interessantes, gutes Werk zu schaffen oder wer einfach sich dann ablenken lässt oder wer aufgibt leider oder auch manchmal Kritik nicht zugänglich ist, also immer irgendwie in seinem Fahrwasser bleibt. Aber ich muss generell sagen, dass die Noten in der Kunst relativ gut sind. Also dass wir schon das Bemühen an sich bewerten und nicht Begabung gegeneinander ausspielen. Aber sagen Sie auch einfach mal ganz klar, das ist hässlich? Hässlich würde ich nicht sagen, weil hässlich ist ja noch kein Kriterium, dass es nicht künstlerisch interessant sein könnte. Man kann ja mit dem Hässlichen arbeiten. Aber ich sage manchmal, dass eben die Dinge, zum Beispiel das Material nicht zur Aussage passt. Ich habe immer so ein schönes Beispiel, was Studenten oft geschieht, dass sie noch nicht so ein ausgebildetes Materialbewusstsein haben. Also dass eine Studentin eine Figur mit weißem Toilettenpapier eingewickelt hat und behauptet hat, das wäre ein Engel. Und dann habe ich gefragt, warum Toilettenpapier? Ja, weil es so schön weiß ist. Und ich musste ganz klar erklären, dass wenn man Toilettenpapier nimmt, die Toilette immer mit dabei ist. Und dass man, selbst wenn es so schön weiß ist, man niemals einen Engel draus machen kann, ist der, denn man möchte einen Toilettenengel draus machen. Also Materialien haben ihre Aussagen und da mit dem ganzen Rattenschwanz von Assoziationen, die man bei einem Material hat, mit dem muss man arbeiten. Das kann man nicht ignorieren. Da kann man nicht sagen, ich aber denke, das ist weißer Sternenglanz oder so. Das ist, wenn man mit Toilettenpapier arbeitet, bleibt das Toilettenpapier. Ist vielleicht, also Sie verstehen vielleicht, was ich meine. Das sind Diskussionen, die man hat. Oder dass man über Farben und Farbzusammenhänge spricht. Und wie bringt man Farben zum Leuchten? Hat das wirklich Sinn, irgendwie aus der Tube irgendwie alle Farben auf ein Blatt zu drücken? Oder gibt es andere Möglichkeiten, dass man Farben steigern kann, wenn man ein besonderes Rot haben will, dass man eben ein Grün irgendwie in die Nähe platziert? Und das sind so einfach auch maltechnische Kenntnisse, die man den Studenten sagt. Und wo man auch sagt, es ist halt nicht gelungen, ist nicht durchgestanden. Was du wolltest, mag gut gewesen sein, aber dir ist nicht gelungen, dafür eine Form zu finden. Und dazu ist man auch da, hier Formen zu finden für das, was man sagen will. In der Schule war es immer so bei mir im Kunstunterricht, dass meistens auch diejenigen, die besten Noten bekommen haben, die einfach mit dem Kunstlehrer am besten diskutieren konnten. Aber um so etwas vorzuwirken, setzen sie ja auch ganz klar gewisse Grenzen, oder? Also ich könnte zum Beispiel nicht sagen, ich nehme aus dem Garten eine Blume mit und das ist eben meine Inspiration für, oder meine Interpretation für irgendein spezielles Thema und ich gehe das einfach sehr minimalistisch an. Also wenn das gut erklärt ist, kann man aus einer Reißzwecke in der Wand eine interessante künstlerische Arbeit machen. Das ist schon so. Und wir hatten schon Arbeiten mit Pflanzen hier, die sehr gelungen waren. Also ich würde keine Einschränkung im Material machen. Ich würde nur immer wollen, dass wenn man so ein Material verwendet, dass sich dessen bewusst ist, dass es zum Beispiel ein Material ist, was sehr schnell vertrocknet, was aus dem Bereich quasi des Lebens kommt und so weiter und so weiter. Also ich denke, ich habe ja schon von Anfang an gesagt, Kunst darf alles und Kunst ist das, was Künstler machen so quasi. Und da sollte es keine Einschränkungen geben. Also könnte Einfallsreichtum auch bei Ihnen beispielsweise handwerkliche Fähigkeiten zu einem gewissen Maße ausgleichen? Ja, Handwerk ist ja heute nicht mehr eine Kategorie, die so bedeutungsvoll für die Kunst ist. Es ist gut, wir vermitteln hier Handwerk auch in den ersten zwei Semestern. Aber das ist jetzt nicht in so einen Formkanon gepresst. Also so wie, es gibt so Bücher über Malen lernen oder so, wo das Gesicht muss eben so aussehen oder so. Sondern wir machen eher Angebote, was man mit Material machen kann. Und wir haben auch in allen Techniken, die wir anbieten, immer den experimentellen Ansatz. Also es gibt nicht irgendetwas, ein Porträt, eine Vorgabe, wie ein Porträt auszusehen hat. Es gibt nur die Möglichkeit, zum Beispiel wenn man selbst Porträt macht, in den Spiegel zu gucken und das zu übersetzen. Und das kann man gut machen, das kann man pubertär machen, das kann man wild machen, das kann man... Also und das ist alles in gewisser Weise Handwerk, wenn einem gelingt, da eine exzellente, interessante Malerei daraus zu machen. Ich hatte ja beispielsweise in der Schule auch Kunstleistungskurs und ich bin zum Beispiel, was Zeichnen angeht, nicht unbedingt der Beste. Aber alle anderen in diesem Kurs waren, ich will jetzt nicht sagen, Götter, was Zeichnen angeht. Aber man konnte schon nicht wirklich unterscheiden, ob es jetzt ein Foto war oder eine Zeichnung in vielen Fällen. Aber ich habe in diesem Kurs immer eine schlechte Note gekriegt, weil eben meine Zeichnung nicht so gut war. Ich habe probiert, das damals mit Einfallsreichtum auszugleichen, aber darauf hat sich diese Lehrerin nie eingelassen. Und bei Ihnen ist es doch anders, oder? Ja, bei uns ist es genau umgekehrt eigentlich. Weil wenn etwas aussieht wie eine Fotografie, dann ist es eigentlich eine schlechte Zeichnung. Und eine Zeichnung gewinnt ja durch die Lebendigkeit des Strichs, durch die Übersetzung vom Dreidimensionalen ins Zweidimensionale, die Spannung, die dadurch entsteht. Wenn man ein Foto zu Hause abpinselt, ein Foto ist ja schon flach, da ist ja keine räumliche Erfahrung mehr drin. Wenn man ein Foto zu Hause abpinselt, dann kann man das vielleicht mal machen, aber ich halte es für Zeichnen völlig ungeeignet, diese Übung. Sondern Zeichnen ist wirklich eine Poesie des Strichs, wenn man so will. Und ich muss sagen, wenn man so zeichnet, wie ich denke, dass künstlerische Zeichnung funktionieren sollte, kann eigentlich jeder zeichnen. Also ich sage immer, Zeichnen ist wie Fahrradfahren. Sie müssen es machen und Sie müssen hingucken. Und dieses Gucken lernen ist eigentlich viel, viel schwieriger. Wie erfasst man das Dreidimensionale? Das ist ja eine unglaubliche Übersetzungsarbeit. Also man verändert ja Dimensionen so quasi. Und wie schafft man das, was man so räumlich sieht, eben aufs Blatt zu bringen? Und da gibt es natürlich ein paar Tricks, wie man was ausmisst, dass man sich mit den Negativformen beschäftigt, mit den Zwischenformen und so weiter und so weiter. So was kann man vermitteln. Aber wenn dann, aber das eigentliche Gucken, das Aufs Blatt bringen, die Sensibilität des Strichs und so, das erarbeiten sich die Studenten dann selbst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017